Der AC Mailand will den Vertrag von Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic um ein weiteres Jahr verlängern. Das berichtet die Gazeta Dello Sport. Demnach planen die Verantwortlichen aufgrund der guten Leistungen und seines Wertes für die Mannschaft eine Ausdehnung der Zusammenarbeit mit dem Schweden. Offen sei demnach nur noch die Unterschrift des Stürmers. Für den neuen Vertrag nimmt Milan offenbar viel Geld in die Hand. 10,5 Millionen Euro soll die Unterzeichnung den Serie A-Club kosten. Im Sommer 2020 stand Jadon Sancho vor einem Wechsel zu Manchester United. Doch dieser platzte aufgrund der Ablöseforderungen der Dortmunder. In diesem Sommer könnte der Wechsel über die Bühne gehen. Doch falls er erneut scheitern sollte, haben die Red Devils offenbar einen Plan B in der Hinterhand. Sein Name? Ismaila Saar. Der Senegalese soll laut Daily Express das Interesse Uniteds auf sich gezogen haben. Saar spielt aktuell in der englischen Championship für den FC Watford. In der aktuellen Saison hat Saar in 33 Ligaspielen neun Tore erzielt und ebenso viele vorbereitet. Im Winter kam Nemanja Radonjic mit großen Erwartungen nach Berlin und zwar von beiden Seiten. Der Offensivspieler wurde von Olympique Marseille ausgeliehen und Hertha besitzt zudem eine Kaufoption, die 11 Millionen Euro beträgt. Mittlerweile geht die Tendenz aber dahin, dass Radonjic die deutsche Hauptstadt im Sommer wieder verlassen wird. Der Kicker berichtet, dass Hertha die Optionen stand jetzt nicht ziehen will. Bislang kam der 25-Jährige auf fünf Bundesliga-Einsätze. In keinem konnte er so richtig überzeugen.